Mein Gast hier im Hof mit Himmel. Stellen Sie sich das einmal vor. Ein durchgeknallter Typ scheucht im Zug Reisende von Abteil zu Abteil. Offensichtlich hat er den Bezug zur Realität verloren und weiß nicht mehr, was er tut. Das war einmal. Heute ist dieser Typ bei uns zu Gast. Raus aus dem Drogensumpf, das Thema im Hof mit Himmel. Mit 16 raucht Joe Wittrock seinen ersten selbst gedrehten Joint. Er spürt so gut wie nichts, aber das ändert sich schnell. Joe findet es ungeheuer revolutionär in aller Öffentlichkeit, die Haschpfeife herumzureichen. In alternativen Kneipen lernt er die Modedroge der 70er Jahre kennen, LSD. Joes erster Trip ist traumhaft schön und unheimlich intensiv. Doch schnell erfährt er, dass er nicht bestimmen kann, wohin die Reise jeweils geht. Bald hat sein Alltag nur noch zwei Probleme. Wo kriegt er guten Stoff her und wie kann er ihn bezahlen? Beide Probleme bringen ihn in Konflikt mit dem Gesetz. Joe verliert durch die Drogen völlig den Bezug zur Realität. Im Zug scheucht er Reisende von Abteil zu Abteil. Er zerschlägt, was ihm in die Finger kommt oder schmeißt es durchs Fenster. Mit einem VW-Bus versucht er ein Jagdflugzeug zu rammen. Aus dem halbwegs friedlichen Drogenhippie ist ein öffentliches Ärgernis geworden. Fast ein Dutzend Mal wird er in Heilanstalten zwangseingewiesen, doch das verändert ihn nicht nennenswert. Joe Wittrock, ein hoffnungsloser Fall. Hallo Joe, ich grüße dich. Hallo Joe. Wie war dein familiärer Hintergrund, wenn man sich das so anhört? Wie bist du groß geworden? Also ich bin eigentlich in sehr behüteten Verhältnissen aufgewachsen. Ich war ein gewolltes und geliebtes Kind. Ich habe eigentlich in meiner Kindheit und Jugend wenig vermisst. Wie ist dann der Abstieg so in diesen Drogensumpf dann hinterher gekommen? Warum haben die ersten Menschen, warum haben die die verbotene Frucht genommen? Das war Paradies. Das heißt für dich war die Drogenwelt Paradies? Nein, ich frage dich, warum haben die das gemacht? Dass die haben, lebten in paradiesischen Verhältnissen. Mir fehlte eigentlich auch nichts. Ich könnte jetzt alle möglichen Gründe anführen. Ich habe das Happy Musical hergesehen, der Zeitgeist, die Musik, die Kumpel. Aber letztendlich Neugier, alles, das reicht nicht irgendwo. Da sind, ich denke, es gibt jemanden, der Interesse hat, Menschen kaputt zu machen. Der hinter Drogen steht zum Beispiel, da wird das ganz deutlich. Du hattest gesagt, du hattest alles. Du lebst praktisch im Paradies, im familiären Paradies. Aber da muss ja irgendwas in dir drin gewesen sein, was das bewirkt hat, dass du dich mit Drogen eingelassen hast. Ja, ich habe wenig richtige Freunde gehabt. Ich war lange so mein jüngerer Bruder, das war wie ein Zwilling für mich. Und der setzte sich dann zunehmend in seine eigene Clique ab. Und dann bemühte ich mich, Kontakt zu kriegen zu anderen Leuten. Und mit 15 haben sie mich nach England geschickt, weil mein TH so schlecht war. Und in England kriegte ich überhaupt keinen Anschluss, weil ich sehr dünn war, sehr schüchtern war. Da habe ich angefangen Zigaretten zu rauchen. Da war ich das erste Mal besoffen. Ich habe mir bei den Mädchen einen Korb nach den anderen geholt. Ich habe aber die ganzen Bands gesehen. Ich habe den, ich weiß gar nicht, wie sie alle hießen, aber sehr abgefahrene Gruppen. Und das letzte, was ich dann gemacht habe in London, mir ein Jimi Hendrix T-Shirt gekauft. Und dann kam ich zurück. Und mein Bruder war auch am Alkoholtrinken, hatte eine Freundin. Und wollte mit mir auch so wenig zu tun haben. Ich war viel allein und in dieser Phase hat ein Typ, den ich bewunderte, der auch schon eine Freundin hatte, der viel im Ausland war, der hat mich eingeladen, komm, rauch mal so ein Teil. Rauch mal so ein Teil. Was an Drogen hast du alles genommen? Also, anfangs habe ich Haschisch geraucht. Und Gras. Und das war für mich so eine Alternative zum Saufen. Weil mit Alkohol konnte ich nicht umgehen, das endete immer im Filmriss, im Chaos, in einer Kotzerei. Nächsten Morgen der dicke Brummschädel und Mama musste mit Aspirin helfen. Hast du das bei den Drogen nicht gehabt? Und bei dem Haschisch zunächst. Ich hatte so subjektiv immer das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Das kommt so sehr, sehr schleichend. Also stell dir vor, du bist eine kleine Fliege und du brummst so in eine Ostfrieslandküche. Und guck mal, was ist das denn so schön leuchtend gelb. Und was riecht das ja lecker. Guck mal, die Kumpel sind auch schon alle da. Und wieder ist eine Fliege dem Fliegenfänger auf den Leib gegangen. Und kriegst du die so wieder ab. Also Haschisch, da werden eigentlich Seile draus gemacht. Es ist sehr bindend. Es kommt so schleichend, nimmt es immer mehr Raum ein, nimmt immer mehr dein Fühlen und Denken ein, gewinnt immer mehr Raum in deinem Leben und wird immer zentraler. Was hat das letztendlich mit dir gemacht? Das hat mich immer weiter von der Realität entfremdet. Also ich war anfangs sehr introvertiert. Ich war mehr so ein Tachträumer. Und das war die ideale Droge. Irgendwo sitzen, schöne Musik hören, schön, heute sagt man, chillen. Einfach ein Tag sein lassen. Aber irgendwo hast du dir so ein bisschen die Kontrolle verloren. Du hast ja gerade gesagt, du wusstest nicht, wohin es ging. Denn Reisen hast du im Abteil durch die Gegend gescheucht. Ja, ja, ich bin dann, mein Abitur habe ich noch gebacken gekriegt. Das war es dann immer auch für viele Jahre. Und war dann gerade 18 Mutterseelen allein in der Uni, Stadt Göttingen. Und das Einzige, was ich kannte, war die Drogenszene. Da habe ich in Nullkommanix den Kontakt gehabt, auch durch meine damals schon langen Haare. Und das war nur ein Unterschied zu unserer emsländischen Kleinstadt-Szene. Damals schon eine LSD-Szene. Und dann mit dem LSD kamen die Psychosen und Abstürze. Und das, ja, die Kontrolle nicht mehr hatte. Dass die Droge jetzt sagte, wo es lang ging. Das ging dann auch teilweise bis hin zur Entmündigung, ne? Du solltest entmündigt werden. Das ging so weit, dass man mich wirklich dauerhaft entmündigen wollte, weil ich die einfachsten Altersdinge nicht mehr geregelt kriegte. Ich lebte in anderen Welten. Also und der Zugang zu mir zu kriegen war schwierig. Haben das deine Eltern auch mal versucht? Meine Eltern haben ganz viel versucht. Also das muss für meine Eltern unglaublich hart gewesen sein. Das hat ihnen unglaublich viel an Lebenssubstanz gekostet. Und eigentlich erst, seit ich mich selber Kinder habe, fange ich an zu begreifen, was ich ihnen eigentlich angetan habe damit. Aber damals habe ich das nicht gemerkt. Es drehte sich alles, ja, Man war ein dicker, dickes Drogenego hat man entwickelt, ne? Wie sieht das aus, beziehungstechnisch? Konntest du Beziehungen führen? Beziehungen, die haben sich so ergeben, ne? Das war ja, in den 68er ging ja das los, diese sexuelle Freizügigkeit. Also ich weigere mich, das Wort Befreiung zu sagen. Und ich habe viele Beziehungen gehabt, aber so, was sich gerade so ergab, ne? Also alles, was so halbwegs nach Frau aussah, war nicht sicher, wenn sich das ergab. Das war aber schlimm. Also es war eine rein sexuelle Beziehung ohne tiefergehende menschliche Beziehung. Also ich hätte manche, meiner Bekanntschaften hätte ich wahrscheinlich bei Tageslicht gar nicht wiedererkannt. Wie hast du dich selber in dem Moment oder in dieser Zeit gefühlt? Und warst du für dich selbst auch so, wir haben es im Beitrag gehört, ein hoffnungsloser Fall? Also wie habe ich, ich habe mich, ja, ich habe gemerkt, ich bin in einem Karussell drin, in einem Teufelskreis drin, aus dem ich aus eigener Kraft nicht mehr rauskomme. Also die Holländer sagen für abhängig verslavt. Also auf Deutsch heißt das versklavt. Und ich denke, das ist ein guter Ausdruck. Die Bibel sagt, wer Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Säufer muss saufen, der Raucher muss rauchen, der Kiffer muss kiffen, der Assetfreak muss Tipp schmeißen. Da wird er gar nicht mehr gefragt. Da hat jemand anders die Kontrolle über das Leben übernommen. Man ist nicht mehr frei, man ist gebunden, man ist durch Teufel und Sünde versklavt. Fühltest du dich als Sünder in dem Moment? Also ich fühlte, das war meine Identität, ja. Da kam ich nicht raus. Also wenn du mich gefragt hast, jetzt was ich bin, so vom Beruf hätte ich gesagt, Kiffer. Ja. Oder Assetfreak. Da habe ich mir so meine eigene Identität mit aufgebaut. Und mit dieser Identität, ist es dann trotzdem irgendwann noch, weil ich will nochmal gerne wissen, mit Beziehungen nur möglich gewesen, da trotzdem noch Beziehungen zu leben? Also es gab Leute, mit denen ich Beziehungen hatte. Ja. Wobei die sich sehr schwierig gestalteten, weil ich diese Leute ja immer wieder enttäuscht habe. Ja. Also sie haben auch, also ich denke, Dagmar hat, das ist meine Frau, das ist meine Frau, also die hat bis heute immer wieder Sorge, dass so dieses Alte wieder manchmal Oberhand gewinnt. Dass ich ausflippe, dass ich auch mal Sachen mache, die keiner mehr nachvollziehen kann. Dass Menschen in meiner Umgebung nicht mehr mitkommen, dass ich keine Rücksicht nehme. Aber es ging eigentlich in erster Linie um mich. Also ich habe Drogen genommen und ich habe mir auch die Liebe von den Leuten genommen, die ich kriegte. Okay. Gleich und gleich gesellt sich gern. Auch Dagmar Wittrock ließ sich gerne berauschen. Was die beiden zusammen erlebt haben, schauen wir uns erstmal im Film an. Joe und Dagmar Wittrock lernen sich schon als Teenager kennen. Sie gehen mehrmals miteinander und trennen sich wieder. Dagmar trinkt häufig und nimmt gelegentlich Drogen. Schließlich schreiben sich beide an der Uni Oldenburg ein und nehmen zusammen eine Wohnung. Nach tagelangen Alkohol- und Drogenexzessen schmeißt Joe seine Freundin aus dem Zimmer, weil sie mit den Zigarettenlöcher in seine Bettlaken brannte. Dagmar versucht darauf, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen. Sie wird von Jesus-Leuten auf der Straße angesprochen und geht zu ihrem Bibelkreis. Regelmäßig beginnt sie Joe zu besuchen und deckt ihn stapelweise mit christlichen Büchern und Kassetten ein. Die beiden finden wieder zueinander und heiraten. Zwei Chaoten mit trüber Vergangenheit und ohne Beruf, dafür aber auf einem Jesus-Trip. Das Glück hält nicht lange, denn sie wissen nicht, wie sie Spannungen oder Langeweile ohne Rauschmittel aushalten können. Schnell landen beide wieder im Drogensumpf, ohne Ausweg. Ihr lebtet beide Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Wie habt ihr es trotzdem geschafft, zusammenzukommen? Und was war da wirklich der ausschlaggebende Grund? Ja, also irgendwo hatte ich Dagmar lieb. Liebe? Liebe und Dagmar hatte mich auch irgendwo lieb. Aber ja, das... Trotz allem war da, dass wir uns wirklich, dass ich mir nicht allein war, habe ich das oft gemerkt, dass sie mir fehlte. Aber ich war oft auch zu stolz, mir das einzugestehen und zum Teil brachten einen die Szenen ja auch immer wieder auseinander und dann wurde ich auch weggebracht und weggesperrt oder sie hat mal irgendwo wieder einen Ausbildungsversuch gemacht oder so, dass wir uns auch manchmal nicht sehen konnten über Monate. Aber immer hat es wieder gefunkt, wenn wir uns gesehen haben. Und wer hat letztendlich den Anfang gemacht wieder? Warst du es? Das weiß ich nicht. Wie sah dann euer Lebensalter raus? Was habt ihr gemacht? Ihr habt geheiratet? Ja, das hat... Aber bis dahin hat das sehr gedauert. Wie lange hat es gedauert? Was war die Zwischenstation? Also es fing ja an, dass Jesus in unser Leben kam, dass unser Leben verändert wurde und dass ich auch so langsam dahinter kam, dass ich ein Leben gelebt habe, was vor Gott nicht bestehen kann, was direkt in die Hölle führte, was von Gott wegführte. Und ich habe... Wir sind umgekehrt. Wie bist du darauf gekommen, dass du das so klar sagen konntest? Also ich wusste, von der Kindheit her wusste ich viel über die Bibel und es war viel untergründig da. Es war nur noch ein ganz kleines Flämmchen. Aber ich bin dann oft irgendwie auf... Ich habe Erlebnisse gehabt, die mich immer wieder auf Gott zurückgeworfen haben. Welche Erlebnisse? Ich war voll breit in Amsterdam im Vandelpark und da waren Jesus-People, die über Jesus gesungen haben. Oder ich bin aufgewacht, habe nachts irgendwo in Holland auf einer Kirchenbank geschlafen und da war ein Gottesdienst der Heilsarmee. Und wie bist du in die Kirchenbank hingekommen? Oder in die Kirche? Irgendwo musste ich ja schlafen. Okay. Und die Tür war auf. Du brauchst eine Übernachtung. Du brauchst eine Übernachtung. Und Gott ist mir nachgegangen. In Geduld all die Jahre mir nachgegangen. Und dann hatte ich in Oldenburg in einem totalen Tiefpunkt, da hatte ich einen sehr schlechten Tag gehabt und lief sehr depressiv durch die Gegend. Und auch mal sehe ich ein Schild. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Friede oder Freude geben. Jesus. Und ich wusste, dass ich diesen Frieden nicht hatte, dass ich diesen Frieden aber wollte. Dass ich raus wollte aus dem. Nur wie mache ich das? Wie kriegst du eine Münze ans Schwimmen? Und wie kriegst du die Münze ans Schwimmen? Ja, also normalerweise zieht die Schwerkraft sie runter. Aber wenn du die Münze an ein Stück Holz bindest, dann schwimmt sie. Und Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Und werft auf, ihr könnt eure Sünden, eure Schuld, eure Probleme, alles mir bringen. Und ich helfe euch tragen. Und ich habe mein Leben an Jesus gewonnen. Ich habe Jesus bewusst in mein Leben eingelassen. Weil ich gemerkt habe, ohne ihn komme ich nicht da. Weil ich brauche ihn, um leben zu können, um heil zu werden, um meine Sünden, um mein Schuld loszuwerden, um wieder frei durchatmen zu können, um die ganzen Drogen loszuwerden, den ganzen Müll in meinem Leben, um Vergebung zu erleben, wieder nochmal anfangen zu können, brauche ich Jesus. Ich habe mein Leben, ich habe ihn gebeten, in mein Leben zu kommen. Und Jesus in meinem Leben hat mir Auftrieb gegeben. Also Jesus in mir kifft nicht. Jesus in mir raucht keine Zigaretten. Jesus in mir geht nicht fremd. Jesus in mir ist treu. Jesus in mir gibt mir Weisung. Er verspricht uns ein erfülltes Leben, wenn wir wirklich bei ihm sind. Und er macht es. Du brauchst es nicht mehr machen. Nein, du brauchst es nicht mehr selber machen. Und das fantastische Dagmar ist auch von Jesus gefunden worden. Zum gleichen Zeitpunkt? Hat sich finden lassen. Ja, etwa. Zwar an anderen Orten. Bei ihr war es in Zürich, wo sie jetzt war, dass sie Kontakt zu Christen kriegte. Aber das ist das große, doppelte Wunder in unserem Leben. Jesus hat uns beide rausgeholt. Und irgendwann hat er uns auch klargemacht. Sie ist meine Frau. Ich muss dazu stehen. Ich soll sie heiraten. Und er hat das ihr auch klargemacht, dass wir zusammengehören. Und ihr habt geheiratet? Wir haben geheiratet. Wir haben heute vier Kinder. Wir sind ja beide, ich bin jetzt 27 Jahre, absolut drogenfrei. Gar komplett? Oder gab es da mal irgendwie auch Rückfälle? Also die erste Zeit, wo wir uns auf Jesus, auf Jesus zubewegt haben, war sehr schwierig. Es wurde vieles noch extremer. Es war ein gewaltiger Kampf. Weil, ja, der Teufel lässt seine Beute nicht einfach so fallen. Aber Jesus war stärker. Und dieser Kampf, der war sehr heftig über Jahre. Aber dann, wir kriegten immer mehr, wir haben gemerkt, wenn wir in die christliche Gemeinschaft gehen, wenn wir Bibel lesen, wenn wir miteinander beten, dass das uns gut tut. Und dann haben wir immer wieder Rückfälle gebaut. Wie seid ihr beide denn da miteinander umgegangen? Mit diesen Rückfällen? Ja, es war schwierig. Also wir haben gelernt, alles zum Kreuz zu bringen. Wir wussten ganz egal, was wir wieder gemacht haben. Das Kreuz hat nichts an Kraft verloren. Sowohl, wo wir Täter gewesen sind, also durften wir zu Jesus bringen. Da habe ich Sünde, wo wir Sünde gesehen haben, haben wir uns auch gegenseitig darauf aufmerksam machen können. War manchmal ein Kampf, das dann aber auch zu bekennen. Aber auch, wo wir Wunden hatten, auch als Opfer kannst du zum Kreuz kommen. Jesus ist sowohl für Täter als auch für Opfer gestorben. Und diese Erfahrung war unglaublich befreiend. Unsere Beziehung wurde ganz anders. Sie wurde offener, ehrlicher. Es entstand langsam Vertrauen. Also Dachmar hatte ja anfangs ganz, ganz wenig Vertrauen. Und langsam fing sie an, wieder mir zu vertrauen. Und das hat mir gut getan, dass sie mir vertraute. Jetzt habt ihr so viele Jahre, beide im Grunde genommen in der Drogenszene ja festgehangen. Ihr habt ja ziemlich viel an Zeug in euch reingepumpt. Ihr wart beide auch sehr kaputt. Diese ganze Zeit über, von dem Moment an, wo du als Christ geworden bist, sind da Entziehungserscheinungen hinter da gewesen. Und wie hast du es geschafft, davon frei zu bleiben? Ich habe das nochmal gesagt. Also das war Jesus in mir, der mir diese Kraft gegeben hat. Er ist der Weinstock. Und wir sind die Reben. Die Reben sind aber ein Teil des Weinstocks. Wenn du Jesus aufnimmst, du wirst, du bekommst seiner Natur teilhaftig. Du wirst, du wirst, ja, du bist ein Glied an seinem Leib, sagt die Bibel. Du gehörst zu ihm. Und du hast seine Kraft, wirkt in dir. Das ist keine menschliche Kraft, das ist keine menschliche Liebe. Du bekommst eine übernatürliche Liebe. Du hast auch mal Geduld mit, mit Menschen, die schwierig oder sogar vielleicht, böswillig dir gegenüber sind. Du kannst ihnen vergeben, du kannst für sie beten, du kannst ihnen vielleicht noch was Gutes tun. Und du bekommst ein ausgetauschtes, ein verändertes Leben. Du musst natürlich immer an Jesus bleiben, ihn machen lassen. Man ist immer wieder so, wenn es einem, auch als Christus, man leicht geneigt, höher von sich selbst zu denken, oh, ich kann das schon, ich habe da jetzt Erfahrung. Aber er geht nicht. Wir bleiben abhängig von ihm. Im Grunde sind wir gestorben. Im Grunde sitzt eine Leiche vor mir. Paulus sagt mal einfach so, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und diese zwei Sachen gibt es. Entweder bin ich in Jesus und dann ist es gut. Oder ich bin in mir selbst. Und wenn wir beide auch, und du kennst mich auch schon ein bisschen länger, auch mal Probleme kriegen. Mit meiner alten Art, mit dem alten Adam, der da wieder, zwar mit Christus begraben ist, oder wieder auftaucht, noch immer. In diesem Kampf stehen wir ja noch. Hast du alte Adam-Situationen, die du dir erzählen kannst, wo du auch einfach erzählen kannst, wie Jesus dann in dir so auch das so verändert hat? Ja, also ich bin, manchmal bin ich noch geschockt. Also ich war jetzt neulich mit meiner Frau und unserer Tochter auf dem Bremer Freimarkt und da wollten mir Leute ein Bier aufdrängen. Und dann habe ich, ja, aus dem plötzigen Impuls heraus demjenigen das Bier über den Kopf gegossen. Und da habe ich, das tut mir leid, da habe ich Bußhilfe getan. Da habe ich gemerkt, wie wenig eigentlich oft Jesus noch in mir sichtbar ist. Ich möchte mehr von Jesus. Bekehrung geschieht in einer Sekunde vor anderem. Kommst du aus der Finsternis, versetzt ins Reich des Sohnes seiner Liebe, so sagt die Bibel das. Aber Jünger werden, in Jesu Bild umgestaltet werden. Also da hat ein Typ wie ich ein Leben lang mit zu tun. Was hast du mit den Menschen gemacht in Bremen? Ja, ich war in dem Moment, er war nicht alleine, er war in einer Gruppe. In dem Moment war ich Gott schon sehr dankbar, dass es keine Schlägerei gegeben hat. Dass die anderen, das waren Jugendliche, der katholischen Landjugend, dass sie friedlich geblieben sind. Wenn ich da an die falschen Leute gekommen wäre, wäre es böse geendet. Meinst du, der sieht dich jetzt als guten Christen? Das war kein gutes Zeugnis. Aber man muss immer wieder daran arbeiten. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch hier auf dieser Erde. Aber dieser Satz ist so ein Trost für mich. Das gute Werk, das Jesus in uns angefangen hat, das wieder vollendet, zu Ende bringen. Und ich war mal, vor vielen Jahren, war ich auf dem Kirchentag, da war so eine dicke Eiche abgebildet, da saß so ein kleiner Specht dran und da stand drunter, be patient with me, God is still at work. Also habt Geduld mit mir, Gott ist noch an der Arbeit. Aber ich muss auch an mir arbeiten lassen. Ja. Gott braucht auch Kandidaten, an denen er arbeiten kann. Genau, Stichwort Kandidaten. Du suchst ja auch ständig Kandidaten. Du bist ja ständig unterwegs. Ja, und versuchst, das, was du in deinem Leben erlebt hast, auch anderen zu erzählen. Dass es einen Weg der Freiheit gibt. Was machst du da? Ja, also einmal, Gott schenkt mir Liebe zu Menschen. Also der Heilige Geist möchte eigentlich ständig Leute erreichen. Weil er hat, Gottes Vaterherz hat Mitleid mit denen, viele Menschen sind kaputt und Gottes Vaterherz hat unglaublich Mitleid mit ihnen. Gott, Gottes Herz weint, wenn er sieht, wie Leute sich kaputt machen, wie Leute sich hassen, wie Leute sich gegenseitig umbringen. Und es ist eine furchtbare Welt. Aber Gott möchte aus dieser Welt noch viele Menschen herausretten. Er möchte sich verändern. Leben könnte ganz anders sein, als es ist. Und ich habe oft an diesem Gegensatz unglaublich gelitten, auch schon bevor ich Christ war. Ich kann mir eine Welt vorstellen, wie sie sein könnte und ich sehe sie, wie sie ist. Und das ist eine wahnsinnige Spannung. Das war bei mir so intensiv, dass ich mir manchmal Zigaretten auf der losen Haut ausgedrückt habe, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Welche Bedeutung hatte das dann? Einfach ein Ventil für den Schmerz, den ich empfunden habe. Ich musste das irgendwie loswerden. Und mittlerweile kann ich diesen ganzen Schmerz zu Jesus bringen. Ich kann da vor Gott total ehrlich sein. Ich kann heulen. Ich kann ihm meinen Alltag bringen, wie ich das empfinde. Und ja, ich habe erlebt, dass es wirklich Realität ist, dass Jesus lebendig ist und lebt und uns verändern konnte. Und er kann auch, müssen gar nicht Drogenleute sein. Manchmal denke ich sogar, Drogenleute haben es eventuell einfacher, als andere zu erkennen, dass sie Gott brauchen. Dass ein Leben ohne Gott in die Finsternis geht. Weil nirgendwo, irgendwo bei Johannes steht ja, so ein Satz, dass der Teufel kommt, um zu rauben und zu morden und kaputt zu machen. Und das siehst du nirgendwo krasser als in der Alkohol- und Drogenszene. Das ist ganz offensichtlich. Sonst, viele Menschen sind ja auch auf diesem breiten Weg, aber es geht ihnen oft buchstäblich so verdammt gut, dass sie das gar nicht merken, wenn Gott nicht eingreifen würde, dass sie in die Verlorenheit und Finsternis unterwegs sind. Aber der Satz geht weiter. Ich, aber Jesus, bin gekommen, damit sie ein erfülltes Leben bekommen. Und wir sollen Kanäle sein, und wir, darum sind wir noch auf dieser Erde. Wir sollen Kanäle sein für Gottes Liebe. Ich versuche den Menschen so ein bisschen Appetit auf Jesus zu machen. Das machst du auch mit einer Cartoon-Show, ne? Du bist ja unterwegs mit deiner Cartoon-Show. Gut, die Cartoon-Show ist eine Sache, wie ich Publikum erreiche, wie ich gerade junge Menschen erreiche, indem ich einfach über Cartoons mein Leben aufgezeichnet habe und über diese Drogenschiene auf andere existenzielle Fragen zu sprechen komme. Was ist der Sinn des Lebens? Das nützt ja nichts, dass ich Jesus gefunden habe für die Zuhörer. Die Frage ist, wie können Sie Gott erleben? Wie können Sie aus der Finsternis rauskommen? Ganz egal, wie sie nun aussieht. Menschen sind verschieden, das müssen wir wissen. Weil der eine, der läuft ohne Sauerstoffmaske in Himalaya hoch und der andere, der schafft zwei Treppen und steht kurz vor dem Herzstillstand. So ist das in vielen Sachen. Und ja, ich gucke immer, Jesus war, ist für mich einfach faszinierend. Also ich staune jeden Tag über ihn, wie er auch mit so ganz unterschiedlichen Menschen klargekommen ist, auf sie hat eingehen können und sie so akzeptiert hat, ihren Wert gesehen hat. Ganz egal, wie in den Augen der Welt, wie kaputt sie war. Jeder Mensch hat einen Wert vor Gott. Und auch der kaputteste Junkie und der kaputteste Säufer ist ein Geschöpf Gottes, dass er eigentlich möchte, dass er heil wird. Was empfiehlst du einem Süchtigen, der vielleicht in der gleichen Situation sitzt wie du? Was empfiehlst du ihm? Also ich weiß aus meiner Erfahrung, dass aus eigener Kraft, wir sind alle nicht Münchhausen, die wir uns an den Haaren aus und Sumpf ziehen können, wir brauchen Hilfe. Und diese Hilfe, Jesus möchte diese Hilfe geben. Und wir dürfen ganz ehrlich sein und wir können völlig offen Kapitulationen erklären, können sagen, ich schaffe es nicht, ich bin hoffnungslos, labil, ich bin hoffnungslos, abhängig, versklavt vom Teufel, komme in mein Leben, ändere mich, hole mich da raus. Und du brauchst nicht erst besser werden, damit du zu Jesus kommst, sondern du darfst so kommen, wie du bist, zu ihm kommen. Und er nimmt dir Sünde und Lasten ab und er hilft dir. Das ist ein Prozess. Das ist nicht wie auf dem seltensten Fällen, dass irgendwo du drückst auf den Knopf und das Licht geht an. Aber das kann ich dir versprechen. Wenn du Jesus in dein Leben lässt, dann wird es heller. Denn das hat er versprochen. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Und je näher du an ihm dran bist, an dem Licht, umso heller wird es in deinem Leben. Also ich empfehle dir nur, geh näher auf Jesus, näher an Jesus ran, lass Jesus an dich ran. Und wenn du das nicht schaffst, dann bitte ihn, zu dir zu kommen. Herzlichen Dank, Joe, für das, was du uns erzählt hast. Sehr schlechten Tag gehabt und lief sehr depressiv durch die Gegend. Auch mal sehe ich ein Schild, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Friede oder Freude geben. Jesus. Und ich wusste, dass ich diesen Frieden nicht hatte, dass ich diesen Frieden aber wollte. Dass ich raus wollte aus dem. Nur wie mache ich das? Wie kriegst du eine Münze ans Schwimmen? Und wie kriegst du die Münze ans Schwimmen? Ja, also normalerweise zieht die Schwerkraft sie runter. Aber wenn du in die Münze ein Stück Holz bindest, dann schwimmt sie. Und Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Und werft auf, ihr könnt eure Sünden, alles, eure Schuld, eure Probleme, alles mir bringen. Und ich helfe euch tragen. Und ich habe mein Leben an Jesus gebunden. Ich habe Jesus bewusst in mein Leben eingelassen. Weil ich gemerkt habe, ohne ihn komme ich nicht da. Ich brauche ihn, um leben zu können, um heil zu werden, um meine Sünden, um mein Schuld loszuwerden, um wieder frei durchatmen zu können, um die ganzen Drogen loszuwerden, den ganzen Müll in meinem Leben, um Vergebung zu erleben, wieder nochmal anfangen zu können. Brauche ich Jesus? Ich habe ihn gebeten, in mein Leben zu kommen. Und Jesus in meinem Leben hat mir Auftrieb gegeben. Also Jesus in mir kifft nicht. Jesus in mir raucht keine Zigaretten. Jesus in mir geht nicht fremd. Jesus in mir ist treu. Jesus in mir gibt mir Weisung. Er verspricht uns ein erfülltes Leben, wenn wir wirklich bei ihm sind. Und er macht es. Du brauchst es nicht mehr machen. Du brauchst es nicht mehr selber machen. Und das fantastische Dagmar ist auch von Jesus gefunden worden. Zum gleichen Zeitpunkt? Hat sich finden lassen. Ja, etwa. Zwar an anderen Orten. Bei ihr war es in Zürich, wo sie jetzt war, dass sie Kontakt zu Christen kriegt. Aber das ist das große, doppelte Wunder in unserem Leben. Jesus hat uns beide rausgeholt. Und irgendwann hat er uns auch klar gemacht. Sie ist meine Frau. Ich muss dazu stehen. Ich soll sie heiraten. Und er hat das ihr auch klar gemacht, dass wir zusammen gehören. Und ihr habt geheiratet? Wir haben geheiratet. Wir haben heute vier Kinder. Wir sind ja beide, ich bin jetzt 27 Jahre, absolut drogenfrei. Komplett oder gab es da mal irgendwie auch Rückfälle? Also die erste Zeit, wo wir uns auf Jesus, auf Jesus zubewegt haben, war sehr schwierig. Es wurde vieles noch extremer. Es war ein gewaltiger Kampf. Weil, ja, der Teufel lässt seine Beute nicht einfach so fallen. Aber Jesus war stärker. Und dieser Kampf, der war sehr heftig über Jahre. Aber dann, wir kriegten immer mehr. Wir haben gemerkt, wenn wir in die christliche Gemeinschaft gehen, wenn wir Bibel lesen, wenn wir miteinander beten, dass das uns gut tut. Und dann haben wir immer wieder Sünde gesehen haben, haben wir uns auch gegenseitig darauf aufmerksam machen können. War manchmal ein Kampf, das dann aber auch zu bekennen. Aber auch, wo wir Wunden hatten, auch als Opfer kannst du zum Kreuz kommen. Jesus ist sowohl für Täter als auch für Opfer gestorben. Und diese Erfahrung war unglaublich befreiend. Unsere Beziehung wurde ganz anders. Sie wurde offener, ehrlicher. Es entstand langsam Vertrauen. Also Dachmar hatte ja anfangs ganz, ganz wenig Vertrauen. Und langsam fing sie an, wieder mir zu vertrauen. Und das hat mir gut getan, dass sie mir vertraute. Jetzt habt ihr so viele Jahre, beide im Grunde genommen in der Drogenszene festgehangen. Ihr habt ja ziemlich viel an Zeug in euch reingepumpt. Ihr wart beide auch sehr kaputt. Diese ganze Zeit über, von dem Moment an, wo du als Christ geworden bist, sind da Entziehungserscheinungen hinter da gewesen. Und wie hast du es geschafft, davon frei zu bleiben? Ich habe das nochmal gesagt. Also das war Jesus in mir, der mir diese Kraft gegeben hat. Er ist der Weinstock. Und wir sind die Reben. Die Reben sind aber ein Teil des Weinstocks. Wenn du Jesus aufnimmst, du wirst, du bekommst seiner Natur teilhaftig. Du wirst, du wirst, ja, du bist ein Glied an seinem Leib, sagt die Bibel. Du gehörst zu ihm. Und du hast seine Kraft, wirkt in dir. Das ist keine menschliche Kraft, das ist keine menschliche Liebe. Du bekommst eine übernatürliche Liebe. Du hast auch mal Geduld mit Menschen, die schwierig oder sogar vielleicht böswillig dir gegenüber sind. Du kannst ihnen vergeben, du kannst für sie beten, du kannst ihnen vielleicht noch was Gutes tun. Du bekommst ein ausgetauschtes, ein verändertes Leben. Du musst natürlich immer an Jesus bleiben, ihn machen lassen. Man ist immer wieder so, wenn es einem, auch als Christus, man leicht geneigt, höher von sich selbst zu denken, oh, ich kann das schon, ich habe da jetzt Erfahrung. Aber er geht nicht. Wir bleiben abhängig von ihm. Im Grunde sind wir gestorben. Im Grunde sitzt eine Leiche vor mir. Paulus sagt mal einfach so, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und diese zwei Sachen gibt es. Entweder bin ich in Jesus und dann ist es gut. Oder ich bin in mir selbst. Und wenn wir beide auch, und du kennst mich auch schon ein bisschen länger, auch mal Probleme kriegen. Mit meiner alten Art, mit dem alten Adam, der da wieder, zwar mit Christus begraben ist, aber wieder auftaucht, noch immer. In diesem Kampf stehen wir ja noch. Hast du alte Adelungssituationen, die du dir erzählen kannst, wo du auch einfach erzählen kannst, wie Jesus dann in dir so auch das so verändert hat? Ja, also ich bin, manchmal bin ich noch geschockt. Also ich war jetzt neulich mit meiner Frau und unserer Tochter auf dem Bremer Freimarkt und da wollten mir Leute ein Bier aufdrängen. Und dann habe ich, ja, aus dem plötzlichen Impuls heraus demjenigen das Bier über den Kopf gegossen. Und da habe ich, das tut mir leid, da habe ich Bußgefühl getan. Da habe ich gemerkt, wie wenig eigentlich oft Jesus noch in mir sichtbar ist. Ich möchte mehr von Jesus. Bekehrung geschieht in einer Sekunde vor allem, wenn du mich gefragt hast, was ich bin. So vom Beruf hätte ich gesagt, Kiffer. Ja. Oder Acid Freak. Da habe ich mir so meine eigene Identität mit aufgebaut. Und mit dieser Identität ist es dann trotzdem irgendwann noch, weil ich will nochmal gerne wissen, mit Beziehungen nur möglich gewesen, da trotzdem noch Beziehungen zu leben? Also es gab Leute, mit denen ich Beziehungen hatte. Ja. Wobei die sich sehr schwierig gestalteten, weil ich diese Leute ja immer wieder enttäuscht habe. Ja. Also sie haben auch, also ich denke, Dagmar hat, das ist meine Frau, das ist meine Frau, also die hat bis heute immer wieder Sorge, dass so dieses, das Alte wieder manchmal Oberhand gewinnt. dass ich ausflippe, dass ich auch mal Sachen mache, die keiner mehr nachvollziehen kann, dass Menschen in meiner Umgebung nicht mehr mitkommen, dass ich keine Rücksicht nehme. Es ging eigentlich in erster Linie um mich. Also ich habe Drogen genommen und ich habe mir auch die Liebe von den Leuten genommen, die ich kriegte. Okay. Gleich um Geld gleich gesellt sich gern. Auch Dagmar Wittrock ließ sich gerne berauschen. Was die beiden zusammen erlebt haben, schauen wir uns erstmal im Film an. Joe und Dagmar Wittrock lernen sich schon als Teenager kennen. Sie gehen mehrmals miteinander und trennen sich wieder. Dagmar trinkt häufig und nimmt gelegentlich Drogen. Schließlich schreiben sich beide an der Uni Oldenburg ein und nehmen zusammen eine Wohnung. Nach tagelangen Alkohol- und Drogenexzessen schmeißt Joe seine Freundin aus dem Zimmer, weil sie mit den Zigarettenlöcher in seine Bettlaken brannte. Dagmar versucht darauf, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen. Sie wird von Jesusleuten auf der Straße angesprochen und geht zu ihrem Bibelkreis. Regelmäßig beginnt sie Joe zu besuchen und deckt ihn stapelweise mit christlichen Büchern und Kassetten ein. Die beiden finden wieder zueinander und heiraten. Zwei Chaoten mit trüber Vergangenheit und ohne Beruf, dafür aber auf einem Jesus-Trip. Das Glück hält nicht lange, denn sie wissen nicht, wie sie Spannungen oder Langeweile ohne Rauschmittel aushalten können. Schnell landen beide wieder im Drogensumpf ohne Ausweg. Ihr lebtet beide Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Wie habt ihr es trotzdem geschafft zusammenzukommen und was war da wirklich der ausschlaggebende Grund? Ja, also irgendwo hatte ich Dagmar lieb. Liebe? Liebe und Dagmar hatte mich auch irgendwo lieb, aber ja, das trotz allem war da, dass wir uns wirklich, dass sie auch das Gemüse nicht allein war, habe ich das oft gemerkt, dass sie mir fehlte, aber ich war oft auch zu stolz, mir das einzugestehen und zum Teil brachten einen die Szenen ja auch immer wieder auseinander und dann wurde ich auch weggebracht und weggesperrt oder sie hat mal irgendwo wieder eine Ausbildungsversuch gemacht oder so, dass wir uns auch mal schließlich schreiben sich beide an der Uni Oldenburg ein und nehmen zusammen eine Wohnung. Nach tagelangen Alkohol- und Drogenexzessen schmeißt Joe seine Freundin aus dem Zimmer, weil sie mit den Zigarettenlöcher in seine Bettlaken brannte. Dagmar versucht darauf, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen. Sie wird von Jesusleuten auf der Straße angesprochen und geht zu ihrem Bibelkreis. Regelmäßig beginnt sie Joe zu besuchen und deckt ihn stapelweise mit christlichen Büchern und Kassetten ein. Die beiden finden wieder zueinander und heiraten. Zwei Chaoten mit trüber Vergangenheit und ohne Beruf, dafür aber auf einem Jesus-Trip. Das Glück hält nicht lange, denn sie wissen nicht, wie sie Spannungen oder Langeweile ohne Rauschmittel aushalten können. Schnell landen beide wieder im Drogensumpf ohne Ausweg. Ihr lebtet beide Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Wie habt ihr es trotzdem geschafft, zusammenzukommen und was war da wirklich der ausschlaggebende Grund? Ja, also irgendwo hatte ich Dagmar lieb. Liebe? Liebe und Dagmar hatte mich auch irgendwo lieb, aber ja, das trotz allem war da, dass wir uns wirklich, dass sie auch das Gemüse nicht allein war, habe ich das oft gemerkt, dass sie mir fehlte, aber ich war oft auch zu stolz, mir das einzugestehen und zum Teil brachten einen die Szenen ja auch immer wieder auseinander und dann wurde ich auch weggebracht und weggesperrt oder sie hat mal irgendwo wieder einen Ausbildungsversuch gemacht oder so, dass wir uns auch manchmal nicht sehen konnten über Monate, aber immer hat es wieder gefunkt, wenn wir uns gesehen haben. Und wer hat letztendlich den Anfang gemacht wieder? Warst du es? Das weiß ich nicht. Wie sah dann euer Lebensalter raus? Was habt ihr gemacht? Ihr habt geheiratet? Ja, das hat, aber bis dahin hat das sehr gedauert. Wie lange hat es gedauert? Was war die Zwischenstation? Also es fing ja an, dass Jesus in unser Leben kam, dass unser Leben verändert wurde und dass ich auch so langsam dahinter kam, dass ich ein Leben gelebt habe, was vor Gott nicht bestehen kann, was direkt in die Hölle führte, was von Gott wegführte und ich habe, wir sind umgekehrt. Wie bist du darauf gekommen, dass du das so klar sagen konntest? Also ich wusste, von der Kindheit her wusste ich viel über die Bibel und es war viel untergründig da, es war nur noch ein ganz kleines Flämmchen, aber ich bin dann oft irgendwie auf, habe Erlebnisse gehabt, die mich immer wieder auf Gott zurückgeworfen haben. Welche Erlebnisse? Voll breit in Amsterdam im Vandelpark und da waren Jesus People, die über Jesus gesungen haben oder ich bin aufgewacht, habe ich nachts allein in der Uni Stadt Göttingen und das Einzige, was ich kannte, war die Drogenszene. Da habe ich in Nullkommanix den Kontakt gehabt, auch durch meine damals schon langen Haare und das war und das war ein Unterschied zu unserer emsländischen Kleinstadt Szene, damals schon eine LSD Szene und dann mit dem LSD kamen die Psychosen und Abstürze und die Kontrolle nicht mehr hatte, dass die Droge jetzt sagte, wo es lang ging. Das ging dann auch teilweise bis hin zur Entmündigung, du solltest entmündigt werden. Das ging so weit, dass man mich wirklich dauerhaft entmündigen wollte, weil ich die einfachsten Altersdinge nicht mehr geregelt kriegte. Ich lebte in anderen Welten und der Zugang zu mir zu kriegen war schwierig. Haben das deine Eltern noch mal versucht? Meine Eltern haben ganz viel versucht. Also das muss für meine Eltern unglaublich hart gewesen sein. Das hat ihnen unglaublich viel an Lebenssubstanz gekostet und eigentlich erst, wo ich, seit ich mich selber Kinder habe, fange ich an zu begreifen, was ich ihnen eigentlich angetan habe damit. Aber damals habe ich das nicht gemerkt. Es drehte sich alles, man war ein dickes Drogenego, hat man entwickelt. Wie sieht das aus, beziehungstechnisch? Konntest du Beziehungen führen? Die haben sich so ergeben. Das war ja, in den 68er ging ja das los, diese sexuelle Freizügigkeit. Also ich weigere mich das Wort Befreiung zu sagen und ich habe viele Beziehungen gehabt, aber so was sich gerade so ergab, also alles was so halbwegs nach Frau aussah, war nicht sicher, wenn sich das ergab. Das war aber schlimm. Also es waren rein sexuelle Beziehungen ohne tiefergehende menschliche Beziehungen. Also ich hätte manche meiner Bekanntschaften hätte ich wahrscheinlich bei Tageslicht gar nicht wiedererkannt. wie hast du dich selber in dem Moment oder in dieser Zeit gefühlt? Warst du für dich selbst auch so, wir haben es im Beitrag gehört, ein hoffnungsloser Fall? Also wie habe ich, ich habe mich, ja, ich habe gemerkt, ich bin in einem Karussell drin, in einem Teufelskreis drin, aus dem ich aus eigener Kraft nicht mehr rauskomme. Also die Holländer sagen für abhängig verslavt, also auf Deutsch heißt das versklavt und ich denke, das ist ein guter Ausdruck. Die Bibel sagt, wer Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Säufer muss saufen, der Raucher muss rauchen, der Kiffer muss kiffen, der Acidfreak muss Tripp schmeißen, da wird er gar nicht mehr gefragt. Da hat jemand anders die Kontrolle über das Leben übernommen. Man ist nicht mehr frei, man ist gebunden, man ist durch Teufel und Sünde versklavt. Fühltest du dich als Sünder in dem Moment? Also ich fühlte, das war meine Identität, ja, da kam ich nicht raus. Also wenn du mich gefragt hast, was ich bin, so vom Beruf hätte ich gesagt, Kiffer. Nett oder gab es da mal irgendwie auch Rückfälle? Also die erste Zeit, wo wir uns auf Jesus zubewegt haben, war sehr schwierig. Es wurde vieles noch extremer, es war ein gewaltiger Kampf, weil ja, der Teufel lässt seine Beute nicht einfach so fallen, aber Jesus war stärker und dieser Kampf, der war sehr heftig über Jahre, aber dann, wir kriegten immer mehr, wir haben gemerkt, wenn wir in die christliche Gemeinschaft gehen, wenn wir Bibel lesen, wenn wir miteinander beten, dass das uns gut tut und dann haben wir immer wieder Rückfälle gebaut. Wie seid ihr beide miteinander umgegangen, mit diesen Rückfällen? Ja, es war schwierig. Also wir haben, wir haben gelernt, alles zum Kreuz zu bringen. Wir wussten ganz egal, was wir wieder gemacht haben, das Kreuz hat nichts an Kraft verloren, sowohl, wo wir Täter gewesen sind, also durften wir zu Jesus bringen, da habe ich Sünde, wo Sünde, wir Sünde gesehen haben, haben uns auch gegenseitig darauf aufmerksam machen können, war manchmal ein Kampf, das dann aber auch zu bekennen, aber auch, wo wir, wo wir Wunden hatten, auch als Opfer kannst du zum Kreuz kommen. Jesus ist sowohl für Täter als auch für Opfer gestorben und diese, diese Erfahrung war unglaublich befreiend. Unsere Beziehung wurde ganz anders, sie wurde offener, ehrlicher, es entstand langsam Vertrauen. Also Dachmar hatte ja anfangs ganz, ganz wenig Vertrauen und langsam fing sie an, wieder mir zu vertrauen und das hat mir gut getan, dass sie mir vertraute. Jetzt habt ihr so viele Jahre, beide im Grunde genommen in der Drogenszene ja festgehangen, ihr habt ja ziemlich viel an Zeug in euch reingepumpt, ihr wart beide auch sehr kaputt. Diese ganze Zeit über, von dem Moment an, wo du als Christ geworden bist, sind da Entziehungserscheinungen hinter da gewesen und wie hast du es geschafft, davon frei zu bleiben? Ich habe das nochmal gesagt, also das war Jesus in mir, der mir diese Kraft gegeben hat. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Die Reben sind aber ein Teil des Weinstocks. Wenn du Jesus aufnimmst, du wirst, du bekommst seiner Natur teilhaftig, du wirst, du wirst, ja, du bist ein Glied an seinem Leib, sagt die Bibel. Du gehörst zu ihm und du hast seine Kraft, wirkt in dir. Das ist keine menschliche Kraft, das ist keine menschliche Liebe, du bekommst eine übernatürliche Liebe. Du hast auch mal Geduld mit Menschen, die schwierig oder sogar vielleicht böswillig dir gegenüber sind, du kannst ihn vergeben, du kannst für sie beten, du kannst ihm vielleicht noch was Gutes tun, du bekommst ein ausgetauschtes, ein verändertes Leben. Du musst natürlich immer an Jesus bleiben, ihn machen lassen. Man ist immer wieder so, wenn es einem, auch als Christ ist man leicht geneigt, höher von sich selbst zu denken, oh, ich kann das schon, ich hab da jetzt... ... ...